Guten Abend miteinander. Machen Sie es sich gemütlich. Jetzt kommen eine Minute lang nur erfreuliche Meldungen. Zum gesund bleiben braucht ein erwachsener Mensch im Schnitt jeden Tag 1 bis 1,5 Liter Flüssigkeit. Bei heissem Wetter entsprechend mehr. Hoffentlich ist diesen Sommer möglichst oft entsprechend heiss. Und jetzt ist die beste Gelegenheit den Tiefkühler mit Goldstar Glasse aufzufüllen. Die Becher sind morgen bei Coop zum Aktionspreis erhältlich und 30 Kg günstiger. Ich wünsche Ihnen morgen einen gemütlichen Einkaufsbummel.